Julian Assange ist ein Held. Er ist Australier, er ist Journalist und im Moment sitzt er in London im Gefängnis. Das halte ich für unfair, das halte ich für ein grosses Unrecht. Er muss meiner Meinung nach unbedingt freigelassen werden. Was wird ihm überhaupt vorgeworfen? Er hat ein Video gedreht, in dem er zeigt, dass amerikanische Soldaten im Irakkrieg aus einem Helikopter heraus in Bagdad Zivilisten erschießen. Das Video heisst Collateral Murder. Das hat er auf Wikileaks veröffentlicht. Wikileaks war eine Plattform, um mehr Transparenz zu schaffen, um auch geheime Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen. Weil Julian Assange hat immer gesagt, wenn wir die Lügen aufdecken, können wir die Kriege stoppen. Und da hat er recht.